Die Kult-Cartoons der 80er und 90er sind zurück. Wo denn? Jetzt auf MyVideo. Anschauen kostet ja nichts, Dennis. Wir möchten so gern, dass es für euch eine schöne Zeit wird. Also gehen wir es anschauen. Das bringt Abwechslung in den Laden. Dennis, kleine Prinzessin Sarah, Lucky Luke, Inspektor Gadget, die Glücksbärchis und viele mehr. Das ist ja richtig wie in alten Zeiten. Mann, oh Mann, das ist ja stark. Jetzt kostenlos auf MyVideo und in deiner MyVideo-App.